Oh, Benni, das gibt eine Granatensendung. Ich sehe es schon, ich spüre es schon. Also ich habe das praktisch schon, also ich habe das, ich spüre das schon durch dein Körperfeld. Was geht's? Ah, da kommt ja wieder, da kommt ja nicht nur die Kamera auf mich zu, sondern auch der Benni mit dem Körper. Also es geht um, ich lese es mal vor, Patrick W. hat mir geschrieben, kürzlich habe ich einen Vortrag von einer Vertreterin eines neuen Heilsverfahrens gehört. Die Versprechung dieses Systems ist ein sogenanntes Biomagnetfeld des Körpers zu nutzen, um Krankheiten zu erkennen. Einfach so gegangen. Können Sie sich das vorstellen? Also kannst du dir vorstellen, da ist Kaffee drin gewesen. Ja. Unser Regisseur hat diese volle Kaffeetasse da draufgestellt und ist einfach davon ausgegangen, dass wir hier ganz cool das so durchziehen. Ist auch so gelungen. Wunderbar. Liegt wahrscheinlich an unser beider Körperfeld. Genau. Ein Gerät, so geht es weiter hier. Ein Gerät kann angeblich Daten auf eine Wirksubstanz übertragen. Diese Daten werden vorher über das Körpermagnetfeld gesammelt und auf einem Computer verarbeitet. Die angebliche Wirksubstanz enthalte die in Anführungsstrichen Information in Spurenelementen. Die Frage ist jetzt, wie können elektromagnetische Impulse in eine Substanz gelangen bzw. verwandelt werden? Er schreibt dann noch dazu, ich nehme die Sache nicht ernst, dennoch finde ich den Gedanken lustig. Tja. Ja, ich will ja jetzt hier nicht rumhacken auf irgendwelchen Biomagnetfeldern und so weiter. Ich meine, wir haben ja zum Beispiel schon mal eine tolle Sendung gemacht über, so fand ich zumindest, über Malaria. Und haben dann darüber gesprochen, wie neue Malariatherapien aussehen. Weil man eben weiß, die Ausscheidungsstoffe der Malariaerreger enthalten Eisen und Eisen reagiert auf externe, also äußere Magnetfelder. Und die Idee war und ist wohl inzwischen auch ziemlich erfolgreich umgesetzt worden, dass wenn man diesen Malariaerregern es unmöglich macht, diesen Abfall, den sie produzieren, der für sie selbst giftig ist und der Eisen enthält, dass sie den nicht loswerden können, indem sie nämlich in ein, praktisch der Erkrankte wird in ein rotierendes Magnetfeld gebracht. Das bedeutet mit anderen Worten, die Ausscheidungen der Malariaerreger bleiben in ihnen stecken und die Malariaerreger verrecken daran. Also solche Zusammenhänge zwischen Magnetfeld und dem Körper eines Menschen sind ja völlig klar. Aber was soll das mit dem Biomagnetfeld sein? Was soll das sein? Wovon ist denn da die Rede? Da werden ja alle möglichen Therapien angeboten und das wird dann in verschiedenen Varianten, Mattenkissen intensiv und Fußreflexzonen, Matten wird das angeboten etc. etc. Und es wird immer davon ausgegangen, dass hier so Worte wie Energie und Feld, die man aus der Physik ja gut kennt, wenn man die jetzt richtig in dem Zusammenhang dieser, ich will es mal so nennen, etwas alternativen Heilsmethode einbringt, dann würde das natürlich bei dem entsprechenden Klienten oder dem Patienten sogar den Eindruck machen, aha, hier handelt es sich um richtig tiefgehende Wissenschaft, das ist alles hundertprozentig untersucht und das ist richtige Wissenschaft. Das ist noch die Frage, ob das wirklich richtige Wissenschaft ist, denn über Untersuchungen davon weiß man wenig und über Therapieerfolge weiß man eigentlich auch wenig. Und zu allem kommt noch etwas dazu, was bei diesen alternativen Therapien ganz wichtig ist. Die meisten Patienten, die sowas benutzen, denen steht das Wasser bis zum Halse. Die haben schon vieles ausprobiert aus der Schulmedizin und für die ist das jetzt ein Hoffnungsträger. Also und damit auch ein starker Placebo-Träger. Das heißt, der Organismus reagiert darauf, das ist was, was mir Hoffnung gibt und diese Hoffnung kann tatsächlich auch Heilung verursachen. Das ist ja ohne Zweifel richtig, alles wunderbar. Und am Ende, was ich das Allertollste finde, wenn man sich darüber informiert ist, wie gerissen da einige Geschäftemacher sind, indem sie also einem ein Magnetfeldtherapiegerät anbieten und gleich, zugleich darauf hinweisen, Aber bitte, achten Sie auf Qualität. Lassen Sie sich nicht, wie das so schön heißt, auf Kaffeefahrten dubiose Geräte aufschwätzen, sodass der Verkäufer den einzigen positiven Nutzen davon hat. Das heißt also, ist das nicht irre? Wahnsinn. Also diejenigen, die ein nicht überprüfbares Verfahren in Form eines Gerätes gerne unter die Leute bringen, weisen zugleich darauf hin, dass die anderen, die diese Geräte verkaufen, das sind ja böse Buben oder Bubinnen. Scharlatane. Scharlatane, genau. Aber wir, wir sind die Guten. Ja, bei uns wird die richtige Information in die richtigen Spurenelemente gebracht. Kostet zwar ein bisschen mehr, aber dafür... Genau. Da weiß ich doch, was ich habe. Kostet 500 Euro, weiß ich aber doch, was ich habe. Und da muss man natürlich jetzt vorsichtig sein. Und da komme ich natürlich jetzt als empirischer Wissenschaftler einerseits und jemand, der Philosophie unterrichtet, andererseits genau in diesen Bereich hinein, der ja in der Moderne heutzutage so unglaublich schwierig geworden ist. Wie unterscheide ich eigentlich Wissenschaft von Pseudowissenschaft? Und ich würde jetzt diese Magnetfeldtherapie mal in den Bereich der Pseudowissenschaft stellen. Also mit anderen Worten, was wir jetzt machen werden, ist, wir werden diese Magnetfeldtherapie als ein Beispiel für eine Wissenschaftsform nehmen, die nach außen hin für die Öffentlichkeit offenbar als Wissenschaft daherkommt, aber im Grunde genommen gar keine Wissenschaft ist, weil sie ganz grundlegenden Kriterien des wissenschaftlichen Arbeitens überhaupt nicht genügt. Fangen wir mal damit an, dass viele dieser Pseudowissenschaften davon geprägt sind, dass es Autoritäten gibt, an deren Meinung, Überzeugung, Stellung, Haltung ist nicht zu zweifeln. Das sind die weisen Männer und Frauen, die also alles wissen und wenn jemand daherkommt und das kritisiert, das geht gar nicht. Das ist zum Beispiel etwas, was in den Wissenschaften gar nicht geht. Autoritäten können grundsätzlich angezweifelt werden. Jede Meinung ist diskutierbar, jede. Bei den empirischen Wissenschaften ist es sogar noch stärker. Da kann kritisiert werden in einer ganz scharfen Form, nämlich in Form des Experiments. Da kann eine Autorität behaupten, was sie will. Wenn die Experimente, die unter normierten Bedingungen, das heißt unter Bedingungen, die allen Beteiligten völlig klar sind, also transparent sind, wenn in diesen Experimenten die Meinung, die Überzeugung, die These der Autorität sich nicht bestätigt, dann hat die Autorität sich eben geirrt. Das ist wissenschaftliches Arbeiten. Also ganz unabhängig davon, ob irgendjemand, welchen sozialen Status oder welchen wissenschaftssozialen Status jemand auch immer hat, am Ende zählt nur das Experiment. Behauptungen, das wäre so und da müssen Sie halt dran glauben und sowas, das geht überhaupt nicht. Es kann auch nicht sein, dass immer nur die Argumente verwendet werden, die eine Position unterstützen und Gegenargumente nie wahrgenommen werden. Auch ein typisches Zeichen von Pseudowissenschaften, dass man sich in solchen Zirkeln praktisch gegenseitig missverstandene Vorurteile bestätigt. Es gibt, das ist eine Sache, die auch nicht zu den Wissenschaften gehört. Man könnte also tatsächlich sagen, Wissenschaft ist transparent. Pseudowissenschaft eher diffus, undurchsichtig. Man weiß nicht so genau, woher die einzelnen Kenntnisse daherkommen. Biomagnetfeld, was soll das sein? Ein Magnetfeld ist ein Magnetfeld, weil ein elektrischer Strom fließt. Jedes Magnetfeld ist mit der Bewegung von Ladungen verbunden. Es gibt kein Biomagnetfeld. Also, was soll es auch sein, also das Biomagnetfeld? Gibt es biologisches Licht? Nee, Licht ist Licht. Licht ist eben das, was im elektromagnetischen Spektrum in einem bestimmten Frequenzbereich sitzt. Das ist sichtbares Licht. Das, was längerwellig ist, ist Radiowellung. Das, was kürzerwellig ist, kann schon mal ultraviolett oder röntgenstrahlung sein. Ganz einfach. Aber Bio ist da gar nichts. Das ist nicht wie bei Lebensmitteln, wo man sagen kann, aha, das ist jetzt in der Maschinerie gemacht und das ist ein Bio-Lebensprodukt. Das ist was ganz anderes. Selbst da muss man ja heute vorsichtig sein bei dem Begriff Bio. Aber was soll das auch für ein Magnetfeld sein? Ein biologisches Lebewesen? Nur weil Wasser in uns drin ist, das fließt, soll da gleich ein Magnetfeld rauskommen? Nur weil wir auf möglicherweise sehr, sehr starke elektrische Felder und sehr, sehr starke elektromagnetische Felder natürlich reagieren, heißt das noch lange nicht, dass wir so etwas haben, wie ein Informationsfeld, was uns ausmacht. Und wenn es so wäre, dann müsste man es wissenschaftlich transparent untersuchen. Das heißt, transparent heißt kein Glaube an die Autoritäten. Die völlige Offenheit gegenüber Argumenten, die genau das Gegenteil von dem behaupten, was ich sage. Also mit anderen Worten, man hole sich seinen schärfsten Kritiker ins Haus, um die eigenen Argumente zu schärfen. Das immer wieder zurückkehrend dazu, dass man sagt, ich kann mich auch irren. Also selbst das, was wir in den Wissenschaften jetzt sagen, heißt noch lange nicht, eine ewige Wahrheit zu sein. Wichtig ist auch, zu den Pseudowissenschaften gehört oft so eine Art von Verschwörungsphilosophie. Dass man sagt, ja, die wollen das ja alle nicht, dass das bekannt wird, was wir wissen, weil dann, ich weiß nicht, irgendwas zusammenbräche. Immer bricht ja irgendwas zusammen, ganz Weltbilder und blablabla. Das ist alles Blödsinn. Viele von den Pseudowissenschaften haben sich in ihren Begrifflichkeiten, haben sie sich sehr, sehr nah an den Wissenschaften, oder orientieren sie sich sehr, sehr nah an den Wissenschaften, gerade so Begriffe wie Feld, Information, Energie, wird gerne verwendet. All sowas wird gerne verwendet. Aber es wird nie so verwendet, wie wir das in den normalen empirischen Wissenschaften tun. Wir haben Definitionen von was ist die Rede. Was ist das, was Wirkung ausübt? Und wie genau können wir es messen? Wir sind vor allen Dingen daran interessiert, die Effekte, die wir in den Wissenschaften hypothetisch zunächst einmal annehmen, wenn wir die einmal gemessen haben, dann ist der wissenschaftliche, der wissenschaftliche Rahmen besteht dann darin, diese Effekte immer genauer und genauer und genauer zu messen. Also immer präziser zu werden, immer genauer zu wissen, wovon ist eigentlich die Rede. Pseudowissenschaftliche Systeme machen den Eindruck, als wenn sie einmal gefunden für immer und ewig so bleiben. Da gibt es keinen Prozess der Kritik, es gibt keinen Prozess der Entwicklung. Das heißt, die sind überhaupt nicht evolutiv, weil sie keinen Erfolg kennen oder beziehungsweise sie kennen keine Niederlagen, sie kennen keinen Irrtum, sondern sie sind immer richtig. Während auf der wissenschaftlichen Seite sich langsam empor geirrt wird von Irrtum zu Irrtum, es weitergeht, von Versuch und Irrtumsbeseitigung, das ist die Rede von der wissenschaftlichen Geschichte, sind die Pseudowissenschaften immer schon festgemauert in der Erde, steht die Pseudowissenschaft aus Ton gebrannt. Der Wahnsinn. Und trotzdem und genau wahrscheinlich deshalb, wegen dieser sehr starken Patentrezeptartigen Form, haben diese Pseudowissenschaften einen so großen Zulauf. Wenn man sich mal überlegt, welchen Qualitätskontrollen sich Wissenschaft heute unterziehen muss. Man denke nur, und das nicht nur bei Großtechnologie-Projekten, sondern bei jeder einzelnen Projektierung, bei jedem einzelnen technologischen Projekt, gibt es eine Überprüfungsstelle, die überprüft, ob dieses Gerät überhaupt in den allgemeinen Handel gelassen werden darf und so weiter, ist es sicher. Man sich also überlegt, welchen Qualitätskontrollen heutzutage wissenschaftliche Erkenntnisse, nicht nur in der Wissenschaft, sondern vor allen Dingen auch in der Technologie ausgeliefert sind. Da muss man sich wirklich fragen, woher kommt eigentlich die Großzügigkeit gegenüber solchen Heilsversprechungen von Pseudowissenschaften? Wie kommt das eigentlich? Mit unseren Schulmedizinern sind wir nie so großzügig, wie mit jemand, der uns sagt, du, wenn du an deinem Körperfeld ein bisschen arbeiten würdest, dann würdest du sicherlich wesentlich gesunder aussehen. Ich glaube, wenn du bei meinem Seminar, ja, ich sehe das hier so, also wenn du hier bei meinem Seminar auf Lanzarote mal mitmachen würdest, wir machen, wir arbeiten, wir kneten einfach mal dein Körperfeld ein bisschen durch, wir versetzen dich einfach mal so ein bisschen in so einen Zustand, wie du mal gerne sein möchtest und wie du gerne sein möchtest, das sage ich dir dann schon. Und wenn du mir bei der Gelegenheit noch 3000 Euro auf mein Konto überweisen könntest, dann wären wir das natürlich sehr recht, denn wir haben ja Ausgaben, du hast natürlich in Lanzarote eine kleine Hütte und das ist aber dann auch eine schöne Gegend bei Brot und Wasser und das wird natürlich genau diese Askese geradezu, die wird dich natürlich auch in besonderer Art und Weise, wird sie dich nochmal beeindrucken und ich glaube, dass dein Körperfeld hat und so weiter. Bla 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 bla. Ja, das gibt's. Ich weiß nicht, nicht auf Lanzarote weiß ich jetzt nicht. Aber genau diese Heilsversprechen gibt es, dabei kann man ganz anders damit umgehen. Der gesunde Menschenverstand sagt einem doch was ganz anderes. Völlig wurscht, was in dem Moment tatsächlich mit einem passiert, wenn man sich einem solchen Gerät aussetzt. Alleine nur die Reflexion, die in einem stattfindet, mit mir selber über meinen Zustand, den ich jetzt zu verändern hoffe. Alleine nur das. Und selbst eine Hütte in Lanzarote könnte das ja hervorrufen, dass man sich mal zurückzieht von dem ganzen Trubel, dem ganzen, alles was auf einen wirklich hereinströmt. Man isst da mal, man muss sich ja um nichts kümmern, man isst vielleicht auch tatsächlich ein bisschen weniger. Aber was passiert denn dann? Die Aufmerksamkeit von uns in uns und über uns, die steigt. Und vielleicht fühlt man sich deshalb wohler und man heilt sich auf diese Art und Weise tatsächlich selber. Das wird man vielleicht auch nie richtig in allen Einzelheiten rausfinden. Aber diesen Effekt, den kann man wissenschaftlich untersuchen, den hat man auch schon untersucht. Dieser Effekt, dass jemand sich schlicht und ergreifend gesünder fühlt, wenn er ein bisschen entspannt ist, dafür braucht man nichts anderes als gesunden Menschenverstand. Also am Ende ist es so, dass diese Pseudowissenschaften uns darauf aufführen, dass unser gesunder Menschenverstand eigentlich das allerbeste ist. Habe Mut, dich deines Verstandes zu bedienen. Schon wieder Kant. Ja. Der eigene Verstand, der muss es sein. Wir sollten uns nicht verarschen lassen. Auf keinen Fall. Von keinem Körperfeld und auch nicht von irgendwelchen Biomagnetfeldern. Das ist nämlich Pseudo-Quatsch. So sieht's aus. Pseudo-Quatsch. 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 Pseudo-Quatsch.